Waldmüller ist ein Global Player mit Kunden, Partnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Teilen der Welt. Vielfalt, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung sind Ausdruck unserer Stärke. Wir sind in der Lage, unterschiedliche Hintergründe, Orientierung und Wertvorstellungen und Perspektiven miteinander zu verbinden. Unterschiedliche Sichtweisen bereichern uns und machen uns als innovatives Unternehmen zukunftsfähiger. Die Diskussion wird selbstverständlich lebendiger und fordert uns heraus, wir begreifen sie aber als Chance. Nur im Ring um die beste Lösung entstehen sie. Die innovativen Ideen, Produkte und Lösungen, die uns besser und erfolgreicher machen. Das ist gelebter Pioniergeist. Weidmüller, wir leben vielfalt und vieles Respekt.